Ich bin Maria Natt, ich bin gelernte Gemüsegärtnerin, Anfang 30 und wir stehen hier auf dem Gärtnerinnenhof in Blumenberg. Mein Name ist Konstanze Wagner, ich wohne mit Mann und Kind in Mero. Mein Grundstück befindet sich auf der Ackerfläche, um die es hier geht. Also wir wohnen direkt auf dem Acker. Wir beschäftigen hier mittlerweile immer so zwischen fünf und acht Leute in unserem Betrieb und stellen hauptsächlich Frisch- und Feingemüse her, ein bisschen Obst, Kräuter, Kartoffeln und vermarkten das direkt nach Berlin. Wir hatten auch vor drei Jahren ein wichtiges Erlebnis. Anfang Mai hat man Lupine ausgesät und die Lupine wird wohl auch im herkömmlichen Anbau nicht mehr mit Pestiziden behandelt. Das heißt, die wurde ausgesät, ging auf und es konnten sich Unkräuter dazwischen ansiedeln. Und wir haben hier eine Explosion erlebt an Blumen, an Insekten, an Spinnen, an allen möglichen Schmetterlingen. Das war so beeindruckend. Also das war eigentlich für uns die Initialzündung, dass wir gesagt haben, wenn wir jetzt den alten Pachtvertrag kündigen können, dann machen wir das. Die Flächensuche, da gab es auf jeden Fall einige Stolpersteine. Wir wollten das etwas extensiver gestalten, dass die Böden in ihrer Belegung mit Kulturen etwas entlastet werden. Die ortsansässigen Firmen, die arbeiten alle konventionell. Von denen konnte uns keiner zusichern, dass er keine Pestizide und Chemikalien verwendet. Ein anderer Grund, warum wir Fläche gesucht haben oder auch viel Fläche gesucht haben, ist, weil wir gerade durch die vermehrte Trockenheit hier in Brandenburg auf das Thema Mulchgemüsebau setzen. Den Gärtnerinnenhof kannten wir schon. Mir war nur nicht klar, dass eben Interesse dort besteht an größeren Flächen. Wir sind hier in Blumenberg ein kleiner Biobetrieb, der Flächen sucht. Und fünf Kilometer weiter gibt es eine Familie, die einen fünf Hektar großen Ackerschlag hat. Und obwohl sie hier im Hofladen einkaufen gehen, kommen wir nicht zusammen. Die kommt hier vielleicht Tomaten kaufen, aber die hat ja nicht auf der Stirn stehen, ich habe fünf Hektar zu vergeben. Diese beiden Informationen braucht es ja nur irgendwie zusammenzubringen und dann kann was daraus entstehen. Und da hat die Flächenplattform einfach in vollem Umfang ihre Aufgabe und ihre Idee erfüllt, dass wir, also sobald das gefunden war, dieses Match, ging das total schnell und wir waren uns innerhalb von einem Tag einig. Wenn Sie sehen, dass Ihre Pachtverträge auslaufen oder Kündigungsmöglichkeiten bieten, dass Sie wirklich auf Ihre Flächen gehen und in Ihr Herz hineinhören, ob Sie mit der Art der Bewirtschaftung einverstanden sind. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Was ist das Schönste am Gärtnerin sein? Vielleicht würde ich eher sagen, das Schönste am Leben ist Gärtnerin sein.